Ja, da einen hübschen Runen haben wir. Fehlt noch eine Rune? Ich könnte sie dem Runen haben mal jetzt zufügen. Hm, vielleicht auch nicht. Ich muss das Rezept wiederfinden. Denk, es wurde von Hund gefressen. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Bögen hier. Oder Rüsten. Hm, viel Schrott hier drin. Braucht einen Schrotthändler. Ich gucke weiter, aber lang... Hm, hm. Nichts. Nichts. Ich kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. So, Feuerpfeile für E-Molen. Schleuderkugeln für Airy. Einmal rasten. Airy identifiziert das Teil. Das ist eine Hellebarte plus zwei. Quick Save. So, das heißt, wir können uns mal den Bereich ansehen. Für unsere nächste Herausforderung. Schaut mich an, Talisa. Seht, was ihr hättet zeigen können, hätte Gorion Sarivaka an euer Stadt genommen. Und hätte euer Weg eine andere Wendung genommen. Schaut mich an und wisst, dass ich euch zutiefst verachte und die Leichtigkeit verabscheue, die ihr gelebt habt. Ich hätte, wer weiß was, gegeben für ein Zuhause und für einen Vater wie Gorion. Ich erlerbe euch nicht zu existieren. Haltet mich auf, wenn ihr könnt. Okay, ich wurde gerade tot beschlagen. Ja, aber das schaffen wir auf jeden Fall, wenn wir gut gebufft reingehen. Und nicht reinrennen, wie die fliegen. Äh, ja? Äh, ja? Baccio, Baccio, Ferre! Ja? Was kann ich tun? Ich habe nie überlegt. Das hier ist wesentlich aufregender als dieser Zirkus. Okay, okay. Äh, du hast eigentlich nur offensiv Zauber. Hast aber die auf jeden Fall. Ja? So, dann noch den Archonten-Schild. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen nicht von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrecht erhalten. Quicksave. Dann lassen wir uns zurückfallen. Unsere Haste ist schon wieder ausgelaufen. Und Zeitstopp, das ist nicht kurz. Mal sehen, wie euren Einträumen etwas Sonnenlicht ist. Mal sehen, wie euren Einträumen etwas Sonnenlicht ist. Pläsi Malia. Stich, Kreatur, und nähere die Erde. So, wieder eine Prüfung geschafft. Wenn ihr es wollt. Dadurch haben wir wieder einen Teil unserer Seele befriedet, so wie es aussieht. Können wieder runterstellen und Yahira an Level abgeben, den sie jetzt endlich bekommen hat. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ein Trefferpunkt, ein Sagenkunde, ETW. Gestaltwander Erdelementar, Gestaltwander Feuerelementar. Implosion. Aura des flammenden Todes. Ja, die hätte ich gerne. Wird aber bei dir auch keine Fähigkeit, sondern ein Zauber sein. Mhm. Gut. Ja, natürlich. Ja. Äh... Hatte jemand hier ja einen Heidrank gebraucht? Und ja, ich guck mal demnächst nach den Rezepten. Also, nochmal rasten. Hm, wenn es das ist, was ihr wollt. Äh... Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen. Ich warte. Nun sind wir hier. Wieder. Im Kriegslager. Können nun in die Oase reisen. Das machen wir auch einfach mal direkt. Oh, hier seid es schon wieder. Halt, ich bin General Yamis Tombleton, Repräsentant des Königs und der Königin von Titia. Talisa, ihr seid angeklagt gegen... ...der Verbrechen gegen unsere Nation und der... ...Gesamten Menschheit. Jo, bitte. Was für Verbrechen? Ich habe nichts Unrechtes getan. Welches Verbrechen genau? Ich werde hier beschuldigt. Gibt es einen Prozess? Darf ich mich selbst verteidigen? Ich erwarte nicht von euch, General, dass ihr versteht, was ich hier tue. Nehmen wir mal die 1. Ihr seid dann kein Balsum für die Zerstörung der Stadt Saradosh verantwortlich. Ich habe die Order euch hinzurechten, Talisa. Mögen die Götter eurer Seele gnädig sein. Ja, keine große Herausforderung. Für euer Land und euer Heim. Ergebt euch! Nächstes Mal! Momos, Mario! Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Ich bin bereit. Fortschritt! Ihr seid eine Beleidigung all des... Daher allem wird... ...denn aus! Alles gut. Los, spuck es aus. Ja? Äh, Steinhaut. Was ist auf dich gewirkt? Magieresistenz gesenkt. Oh. Ich warte. Die Schmerzen überwältigen mich fast. Ja. Fortschritt. Wenn ihr Hilfe anzu... Erdehle euch! Oder ich... Das war Keldorn. Hm. Also wir werden schon mal freundlich begrüßt. Oh. Ihr seid es schon wieder. Ja. Ich warte. Nun gut. Ihr werdet leiden. Ergebt euch! Oh. 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 Nice. 5ью Kim Harriere ist hier meses. Oh. Bei allem war es anständig. Hay 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 Hay... Allan. Ich bin schon im Karton. , eine der in Zweige b tallend Tailorien wird. Jetzt kriegst du erstmal einen Feuerball Dann holen wir uns Verstärkung Wenn ich der Gruppe weiterhin von Ich warte auf Schulden Wird euch viel stärker schmerzen als mich Fragt nur Ja, aber gerne Was macht dich da? Mo, 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 Mo Und ja, das rieb ich gerade vor Ich fahr auf Hm, keine große Herausforderung Oh, ihr seid es schon wieder Ja Okay Äh, ja Mo, Mo So, Emoin Da stirbt, Emoin Das war der falsche Save Ich will nur noch diesen verdammten Kampf schaffen vor dem Cut Bitte Ich habe das Armeelager geschafft Und da werden wir nicht von solchen Idioten verprügelt Äh, ja Ja Ich bin bereit Die Dienerin der Natur ist bereit Und ich schlage zu Habt ihr einen Plan? Okay, okay So, ihr da oben fresst Feuerbälle In Kürtus In Kürtus In Kürtus Ich war schon erledigt Ich bin es einfach furchtbar weh 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 Und wir haben wieder Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt Steckbrief Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren Schutzwäume gegen Untote Mal wieder eine Okay Das Langschwert sieht interessant aus Der Beantworter plus 4 Hm Ja, hier ist ein bisschen Zeug, was wir identifizieren und verkaufen können Noch ein Steckbrief Ja, Steckbrief und die Notiz hier Hm Euer Wunsch ist mein Begehr Ich war keine große Herausforderung Ja, Angriff auf die Enklaven Na ja, Lea hat Naikaschuras brennendes Herz ausgelischt Dadurch wurde die riesige Ballboot wieder verwundbar In einer titanischen Schlacht gegen ihn und seine Armee konnte ich den Sieg davontragen Leider ist es mir nicht gelungen, ihn aufzuhalten, bevor die Armee Sarah durch dem Erdboden gleichgemacht hat Wer scheint, Naikaschuras dabei ironischerweise auf der Suche nach mir Ja Speichern wir hier jetzt mal LP008 Speichern Und dann mache ich jetzt einen Cut Und erhole mich mal Bis gleich